hallo und willkommen auf unserem kanal wir möchten euch heute die erdungsmesszange pflug 16 30 strich 2 fc vorstellen die zange ist in einem stabilen tragekoffer untergebracht sehr robust und gegen stürze und fall gesichert wir packen das ganze jetzt erst mal aus wie ihr seht sehr übersichtlich eingerichtet und sicher verpackt die pflug 16 30 strich 2 fc details gucken wir uns gleich noch an und wir haben hier eine kalibrierspule wozu die benutzt wird zeigen wir euch gleich noch und das ist der ganze inhalt des koffers so als nächstes werden wir uns mit den bedienfunktionen vertraut machen für alle die sich das nicht alles merken können gibt es hier eine schnellhilfe karte die liegt jedem gerät bei da kann man alle bedien schritte noch mal nachvollziehen wenn man zum beispiel gerade auf der baustelle ist die nehme ich jetzt erstmal beiseite damit sie nicht ablenkt